Ich hatte wieder einen Auftrag. Kennst du Erich Lotte? Goldman? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Mögen Sie keine Schnüffler in der Stadt? Helfen? Nein. Es seien Sie kein Erich Lotte. Vorsichtig, Jeremy. Sei vorsichtig. Es klang nach leicht verdientem Geld. Doch dann kam alles ganz anders. Es lohnt sich für dich. Sag Wandel. Jeg ist schwer. Drei. 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 Vielen Dank.